Das deutsche Steuergeld muss schneller ins Ausland wandern. Ja, so kann man auch die neuere Forderung jetzt von Svenja Schulze zusammenfassen. Gleichzeitig stelle ich mir hier als Arbeitgeber und Unternehmer die Frage, naja, soll ich denn zum Beispiel die Löhne meiner Angestellten jetzt einfach direkt ins Ausland überweisen? Schlicht und ergreifend geht ja mittlerweile ein immer größerer Teil an irgendwelche NGOs und Sonstiges, wo man sich die Frage stellt, muss man das überhaupt machen? Und vor allem auch die ganz spannende Frage, was sagen eigentlich die Statistiken dazu? Oder sogar die Experten, die sich selbst mit dem Thema jahrzehntelang befasst haben und die nicht in irgendwelchen Ämtern und Ministerien sitzen. Wir schauen uns mal an, welchen, man muss leider sagen, Schwachsinn jetzt die G20 hier fordert durch Brasilien angestoßen mit einer weltweiten Abgabe für Milliandäre. Erstmal. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe auch so ein paar blöde Ideen, was man mit so einer Milliardärssteuer machen kann. Denn da könnte man wirklich sinnbefreite Dinge anstellen und bringen würde es nichts. Und da ist natürlich auch Svenja Schulze, die mit dem Aktenköfferchen immer unterwegs ist, dafür bekannt. Schulze fordert weltweite Steuer für Milliardäre. Entwicklungsministerin Svenja Schulze unterstützt die brasilianische Forderung nach einer globalen Steuer für Milliardäre. Mit den Einnahmen ließen sich Probleme wie Hunger und Klimawandel bekämpfen. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt. Allein im zweiten Satz schon mal wieder diese Art Zweckbindung aufzubauen. Wer natürlich Steuern mit Kopf schon länger folgt, der weiß, das ist einfach schlicht und ergreifend gelohnt. Eine Steuer ist niemals zweckgebunden. Denn selbst wenn wir jetzt international beschließen würden und international, dass hier vorgegeben wird, ist, es ist in deutsches Recht mit einer Steuer niemals möglich, hier das Zweck gebunden zu verteilen. Das könnte man auch in den nächsten Jahren immer wieder sagen, oh, dieses Jahr mal so, mal so. Aber, das ist ja nicht mal der erste Punkt. Eine Vermögensabgabe würde allein in Deutschland und weltweit schon wieder scheitern nach den entsprechenden Bewertungskriterien. Ich meine, man hat ja schon damals, 96 ist man gescheitert. Man wird auch jetzt wieder erscheinnt. Denn, ich habe es euch schon mal erzählt, die Bewertung von Vermögen, ob man Milliardär ist oder Millionär, ist durchaus variabel. Und das sind wir nicht beim nächsten Punkt. Am Anfang wird man hier auf Milliardäre gehen. Denn die Zahlen, die hier man sich erhofft, sind durchaus relativ groß. Wenn man es natürlich auch noch auf Millionäre überträgt, wird das Ganze noch größer. Denn die Frage ist ja schon mal wieder, was gilt denn überhaupt dann als Vermögen? Am Ende ist es sogar das Eigenheim, das vielleicht, sage ich mal in München, der Innenstadt, das man irgendwann mal von Oma, Opa geerbt hat, wo man dann eigentlich noch weiterhin drin wohnt, das wird dann vielleicht auch mit reingenommen. Oder vielleicht irgendwann sogar deine Rentenansprüche als Arbeitnehmer. Denn das sind auch Vermögenswerte, die hat im Ausland nicht jeder. Aber schauen wir mal an, was Svenja Schulze, übrigens ganz wichtig, von der SPD, von der Verschwenderpartei Deutschlands, wo man ganz klar sagen kann, die globale Ungleichheit unterstützt Entwicklungsministerin die Idee einer globalen Milliardärsteuer. Corona-Pandemie hätten die fünf reichsten Menschen, Männer der Welt, ihr Vermögen verdoppelt. Während die Hälfte der Menschheit immer ärmer geworden sei, sagt Schulze. Die Welt sei ungleicher und ungerechter geworden. Ja, sieht man daran, vor allem wie zum Beispiel allein, wenn man sich das anschaut. Gehen wir mal rein von der Corona-Pandemie. Das Fass hat im Grunde hier Frau Schulze selbst aufgemacht. Ja, warum denn? Das lag unter anderem daran, dass zum Beispiel die Lockdowns viele kleinere und mittlere Unternehmen schlicht und ergreifend mehr belastet haben. Und vor allem, im Gegensatz dazu natürlich, die Top-Unternehmen sich auf so etwas auch vorbereitet haben. Das ist immer so lustig, wenn man sagt, naja, auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Das ist immer das, wo jetzt auch gerade wieder über die Schuldenbremse diskutiert wird. Unerwartete Krisen. Naja, sorry, aber da muss ich sagen, dann zahlt ihr die falschen Leute. Bitte, weil wie gesagt, mit so etwas rechnet man seit Jahrzehnten noch eine globale Pandemie. Aber auch für die Unternehmen, die kleineren, hat es dort schon immer mal wieder Stärke getroffen. Warum? Weil die eben durch die Lockdowns betroffen worden sind. Also die Gastronomen hier zum Beispiel in der Umgebung, naja, die werden natürlich nicht in der Zeit viel mehr Vermögen aufgebaut haben, wenn sie auch zum Beispiel natürlich nur Überbrückungshilfen, die sie sowieso jetzt zum größten Teil hier zurückzahlen müssten, hier, sag ich mal, ja hatten. Gleichzeitig stellt sich für mich immer die Frage, wie definiert man eigentlich immer diese Ungleichheit oder Gleichheit? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass auch das Impfthema hier die Gleichheit oder Ungleichheit definieren würde, dann muss man doch ehrlich gesagt froh sein, dass es hier diese reichsten Menschen auch gab. Denn zum Beispiel auch Bill Gates, einer der größten Vermögensmenschen weltweit, hat sich mit seiner Foundation seit Jahrzehnten zum Beispiel in Afrika engagiert. Oder zum Beispiel auch, sag ich mal, hier Impfungen, Corona-Impfungen und sonstiges. All das war im Grunde möglich, weil der reiche Westen das hier umverteilen konnte und nicht im Großen und Ganzen hier mit einer verirrten, könnte man sagen, Gleichmacherei versucht wird, hier am Ende alle zu enteignen. Jetzt finde ich es relativ spannend. Laut Brasilien hier dem Vorschlag soll jetzt eine Vermögensteuer von 2% eingeführt werden, was ein Gesamtaufkommen hier ermöglichen würde von 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und bei der Zahl bin ich jetzt durchaus mal hier hellhörig geworden, denn es ist ja immer so, man spricht ja von dem finanziellen Bedarf. Aber die Frage ist natürlich hier, was machen eigentlich wir Deutschen? Was sollten wir eigentlich machen? Also ich finde es spannend, weil im Artikel natürlich auch darauf eingegangen wird, dass Christian Linden jetzt den Haushalt von im Großen und Ganzen hier Svenja Schulze zusammenstreichen will. und dann hat man natürlich hier schon das Thema, dass man sagt, ja, eigentlich auch zu Recht. Denn jetzt will ich euch mal die Zahlen zeigen, was weltweit der Wahrheit entspricht. Und wenn man natürlich sich endlich mal vor dem Schuldkomplex, auch den wahrscheinlich hier Frau Svenja Schulze noch hat, gelöst hat und doch mal hier als freier Mensch und freidenkender Mensch unterwegs ist, dann wird man bei den Zahlen durchaus sehr, sehr hellhörig werden, die ich euch jetzt vorstelle. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Entwicklungshilfe, Aufwendungen für die öffentliche Entwicklungszusammenhalt oder weltweit 2018 bis 2022. Wichtig, weltweit in Millionen US-Dollar. 2022 waren es 217 Milliarden. 217 Milliarden. Eine Vermögensteuer soll das Ganze jetzt verdoppeln auf ca. 500 Milliarden. Also da schon mal relativ spannender Vergleich. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was leistet denn eigentlich Deutschland? Und das ist jetzt richtig, richtig spannend. Aber ich werde gleich selbst die Kennleitung davon. Vom weltweiten Aufkunft von ca. 220 Milliarden leistet Deutschland alleine 33,8 Milliarden. Also mehr als 10% der Entwicklungshilfe zahlen wir Deutschen. Bilateral, multilateral, falls es für den einen oder anderen relevant wird. Und da habe ich mir gedacht, okay, Statistiken muss man ja auch, sage ich mal, immer in Relation sehen. Dann sich mal die Frage stellen, jetzt wird es richtig spannend, Entwicklungsaufwendungen, der Aufwendung für die öffentliche Entwicklungsarbeit oder und der oder-Quote der EU im Zeitraum 2020 und 2021. Wenn wir jetzt in 2021 reingehen, da waren es in Deutschland hier, 28,13 Milliarden. Und jetzt haltet euch fest, was die EU insgesamt gezahlt hat. Die EU zahlt insgesamt 70,2 Milliarden, was hier über die EU drüber geflossen ist. Das heißt, der Staatenbund alleine zahlt hier 70 Milliarden und wir zahlen im Großen und Ganzen fast genau so viel, beziehungsweise natürlich knapp die Hälfte von diesem gesamten Aufkommen. Und wenn man jetzt noch weitergeht und sagt, okay, gehen wir mal in 2023 rein, vergleichen das mal weltweit. Und dann sind wir hier bei folgenden Ergebnissen. Nur die USA zahlen mehr mit 66,04 Milliarden US-Dollar. Deutschland 36, auf Platz 2 dann 37 Milliarden circa. Die EU-Institutionen 27 Milliarden, das heißt, sie zahlen mehr als die EU-Institutionen. Mehr als Japan, mehr als Großbritannien, Frankreich, Kanada, Niederlande, Schweden und so weiter. Die zehn größten Geberländer von öffentlichen Entwicklungshilfen oder im Jahr 2023. Jetzt muss man auch sagen, okay, wer ist denn da, sag ich mal, am meisten davon betroffen? Hier, Ukraine, Syrien, China. Wie gesagt, immer wieder lustig, das Land dort zu sehen. Indien, aber natürlich auch andere Länder. Hier, wie gesagt, Irak und sonstigen. Wir unterstützen ja hier auch die ein oder andere Terrororganisation. Wurde ja jetzt auch gerichtlich festgestellt. Spannend wird es aber jetzt noch. Hier, die entsprechenden Aufwendungen der Seuche. Wo die Länder, wo das Geld überhaupt hingeht. Und da kann man ganz klar sagen, joa, ist relativ spannend. Und hier nochmal, die Oder-Quote 0,8%. Und jetzt sind wir mal wirklich da und gehen wir mal Tacheles rein. Spannend ist es nämlich, wenn man sich jetzt hier die Experten anschaut. Ich finde diesen Artikel, den sollte man lesen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ist nämlich zum Beispiel hier folgendes Zitat aus einem Handelsblattartikel. Wo es heißt, seit 1960 wurden Schätzungen zufolge bis zu 4.000 Milliarden, also 4 Billionen an Hilfe in den Kontinent, übrigens Afrika, gepumpt. Viele afrikanische Länder wurden ihren Schulden erlassen. Oh, ich dachte, das sind alles Darlehen. Das Verblüffende jedoch, den Ländern, denen am stärksten geholfen wurde, geht es heute am schlechtesten. Afrikas Armut erweist sich vor allem deshalb erst hartnäckig, weil die Geburtenrate so steigt und weiter heißt es aber hier, eine wachsende Zahl von Afrikanern ist inzwischen fest davon überzeugt, dass Entwicklungshilfe oft genau das Gegenteil des Gewünschten bewirkt. Und das natürlich, sagt auch zum Beispiel der Grossmann, etwa zog im Handelsblatt hier folgendes niederstmetternde Bilanz. Die Industrieländer haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Milliarden an Unterstützung investiert und es hat fast nichts gebracht. Und da kann man ganz klar sagen, auch eine Milliardärssteuer, die wahrscheinlich am Ende sowieso darauf hinauslaufen wird, dass wir Deutschen am meisten zahlen. Bei den anderen Ländern wird die schlicht und ergreifend nicht erhoben. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwelche afrikanischen Warlords, die Milliardäre sind oder Ölscheichs oder, sag ich mal, irgendwelche aus anderen Staaten heraus, sich plötzlich einer Vermögenssteuer unterwerfen, wenn es in diesen Ländern nicht mal Steuern gibt. Also wir wissen zum Beispiel, nur als Beispiel, Emirate Dubai, kaum Steuern. Von daher, wieso sollten wir jetzt darauf eingehen? Weiter geht es natürlich in Ländern seiner Südamerika und Ähnliches, wo der Korruptionsindex auch hoch ist. Dort sind sehr, sehr viele Milliardäre. Warum sollten wir an der Stelle hier dann was abgeben? Und da ist es durchaus mal wieder so, dass man sagt, das wird spannend. Und ich denke, das ist meine persönliche Einschätzung, wird es an der Stelle keine Milliardärssteuer geben, sondern eine Vermögenssteuer für alle. Weil man natürlich dann schon mal hat, wenn man sagt, okay, man würde wahrscheinlich jetzt nicht nur die Milliardäre, sondern auch die Millionäre mit reinnehmen, dann wäre man wahrscheinlich locker bei eine Billion. Und stellt euch mal vor, wie viele NGOs dann jetzt schon feuchte Träume bekommen, wenn an der Stelle jetzt diese Gelder irgendwann über ihr Konto laufen. Denn, und das muss man auch fairerweise sagen, dass Personen wie Svenja Schulze, die ja sage ich mal mit Lisa Paus und natürlich auch anderen zu tun haben, die durchaus eine Enteignung für NGOs durchführen. Also man weiß ja mittlerweile, dass diese Politiker teilweise in der Nacht der nächsten Legislatur oder in der nächsten Legislatur nichts mehr zu melden haben werden. Wo man ganz klar davon ausgehen muss, dass am Ende die natürlich bloß versuchen, jetzt ihre Gelder irgendwo, sage ich mal, in Organisationen reinzupumpen, wo sie am Ende natürlich dann hier einen Job bekommen. War ja im Grunde nichts anderes mit Andrea Nahles damals, da die hat ja, sage ich mal, hier den Jobcentern im Grunde Milliarden reingepumpt, um dann am Ende, sage ich mal, selbst die Chefin davon zu werden, wo man ganz klar sagen kann, mehr Entwicklungshilfe führt am Ende nur dazu, dass sich hier im Großen und Ganzen die einen oder anderen SPDler und Grüne bereichern können, dass im Grunde wir Steuergelder, was bei uns wichtiger wäre, vor allem auf der Eigenkapitalseite der Unternehmer und Privatpersonen wichtiger angewendet wäre. Und da muss man ganz klar sagen, dass auch dieses Thema von Gleichheit und Ungleichheit einfach nur Schwachsinn ist. Denn es ist nun mal so, dass vor allem im medizinischen Bereich hier sehr, sehr viele Themen aus den bösen Westenreichen, was weiß ich, alte weiße Männer sogar hier im schlimmsten Fall noch, diese Gelder erwirtschaftet haben. Und diese sogar, wie zum Beispiel ein Beispiel von Bill Gates, muss man schlicht und ergreifend sagen, die es dort reinpumpen. Und jetzt ist die Frage, stellt man sich dann hier im Großen und Ganzen am Ende wieder dorthin und will eine Umverteilung und am Ende sogar dem eigenen Land einfach nur schaden? Das wäre mein einziges Fazit, was ich sagen kann mit dieser Thematik. Denn in einem Land, wo wir schon Höchsteuerland sind, Platz 2 laut OECD, dann muss man ganz klar sagen, ja, ist halt jetzt nicht mal wieder die schlauste Situation.